Viele Immobilienbesitzer wollen auch im Alter in ihrem Zuhause bleiben. Doch steile Treppen oder fehlende Haltegriffe im Bad werden schnell zu Herausforderungen. Lohnt sich da ein barrierefreier Umbau? Durch folgende Umbauten wird Ihre Immobilie barrierefrei. Haus- und Wohnungstüren verbreitern, Schwellen- oder Stufenabbauen sowie Rampen anlegen, Dusche auf Bodenniveau absenken, Stütz- und Haltesysteme in Dusche und Badewanne installieren, rutschfeste Böden verlegen, Treppenlift einbauen. Dabei sollten Sie viel Dinge beachten. Planen Sie frühzeitig, am besten, wenn Sie noch fit und gesund sind. Suchen Sie sich Rat bei einem Experten. Lassen Sie die Umbaumaßnahmen von kompetenten Handwerkern durchführen. Kalkulieren Sie die Kosten genau. Oft wird ein barrierefreier Umbau teurer als gedacht. Stellt sich heraus, dass er sich nicht lohnt oder nicht möglich ist, ist der Umzug in eine altersgerechte Wohnung die bessere Lösung. Der Verkauf Ihrer Immobilie kann das benötigte Geld für eine altersgerechte Eigentumswohnung einbringen. Bevor Sie mit Umbau oder Verkauf beginnen, lassen Sie sich in jedem Fall von einem Experten beraten, was in Ihrer Situation angebracht ist. Sind Sie unsicher, ob Ihre Immobilie fürs Alter geeignet ist und suchen Informationen zu Ihren Möglichkeiten, kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern.